Das Schriftstück des US-Amerikaners Albert Pike, einem Anwalt und Marinekapitän, wurde am 15. August 1871 an den italienischen Politiker Giuseppe Massini geschickt. In diesem sagte er beide Weltkriege voraus und prophezeit einen dritten Krieg, in dem die islamischen Anführer der ganzen Welt verwickelt sein sollen. Der Brief sagt mit unglaublicher Präzision voraus, dass der Erste Weltkrieg die Macht der Zaren in Russland zerschlagen wird, um dieses Land in eine Festung des atheistischen Kommunismus zu verwandeln. Der Zweite Weltkrieg entspringe aus den Unterschieden zwischen Faschisten und politischen Zionisten. Der britischen Presse zufolge sagt der Brief auch die Gründung Israels voraus. Demnach müsse der Zweite Weltkrieg geführt werden, um den Narzissmus zu zerstören und den politischen Zionismus stark genug zu machen, um einen souveränen israelischen Staat in Palästina zu gründen. Der Text prophezeit weiter, dass der Dritte Weltkrieg zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausbrechen und zur gegenseitigen Zerstörung weiterführen soll. Andere Nationen sollen durch diesen Konflikt mehr denn je gespalten und dazu gezwungen sein, bis zur völligen körperlichen, moralischen, spirituellen und ökonomischen Erschöpfung zu kämpfen. Der Brief schließt mit der Vorhersage, dass das Christentum und der Atheismus aussterben und sich eine weltweite Regierung entwickeln würde. Interessant ist auch der Fall der rätselhaften Prophezeiungen von Baba Wanga, der bulgarischen Hellseherin, die einen dritten und letzten weltweiten Konflikt voraussagt. Es ist umstritten, ob der Brief tatsächlich im 19. Jahrhundert geschrieben wurde oder ob es sich um eine Fälschung handelt. So schrieb am 22. Januar 1870 Massini an Paik, Zitat, Wir müssen allen Verbänden gestatten, wie bisher weiter zu existieren mit ihren Systemen, ihren zentralen Organisationen und den verschiedenen Arten der Korrespondenz zwischen den hohen Graden desselben Ritus in ihren gegenwärtigen Organisationsformen. Aber wir müssen einen Superritus schaffen, der unbekannt bleiben soll und in den wir, die Maurer hoher Grade, nach unserer Wahl berufen werden. Aus Rücksicht auf unsere Mitbrüder müssen sich die Männer der strengsten Geheimhaltung unterwerfen. Mit diesem obersten Ritus werden wir das gesamte Freimaurertum regieren. Er wird die internationale Zentrale werden, die umso mächtiger ist, weil seine Leitung unbekannt sein wird. Zitat Ende. Paik an Massini. Zitat, Wir werden die Nihilisten und Atheisten entfesseln. Wir werden einen gewaltigen gesellschaftlichen Zusammenbruch provozieren, der in seinen ganzen Schrecken den Nationen die Auswirkungen von absolutem Atheismus, dem Ursprung der Grausamkeit und der blutigsten Unruhen klar vor Augen führen wird. Dann werden die Bürger gezwungen, sich gegen die Minderheit der Revolutionäre zur Wehr zu setzen, diese Zerstörer der Zivilisation ausrotten. Die Mehrheit der Bürger wird gottgläubig, wie sie ist, nach der Enttäuschung durch das Christentum und daher ohne Orientierung, besorgt nach einem neuen Ideal Ausschau halten, ohne jedoch zu wissen, wen oder was sie anbeten soll. Dann sind die Menschen reif, das reine Licht durch die weltweite Verkündung der reinen Lehre Luzifers zu empfangen, die endlich an die Öffentlichkeit gebracht werden kann. Sie, die Verkündung, wird auf die allgemeine reaktionäre Bewegung folgen, die aus der gleichzeitigen Vernichtung von Christentum und Atheismus hervorgehen wird. Zitat Ende Aus diesem Briefwechsel entstand eine Interpretation des Dritten Weltkriegs. Du findest es in verschwörungstheorien.fandom.com, was ich euch unterhalb des Beitrags verlinken werde. Zitat Der Dritte Weltkrieg wird laut dem Brief eindeutig aus dem Nahostkonflikt hervorgehen. Einige sehen darin eine Bestätigung der Echtheit des Briefes, da gerade dieser Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt immer wieder zu eskalieren droht. Kritiker des Briefes wiederum argumentieren, dass der Nahostkonflikt schon in den 1950ern, derzeit in der Kar die Briefe veröffentlichte, absehbar war bzw. mit der Suezkrise 1956 schon Realität war. Eine Ausweitung des Konflikts zu einem Konflikt zwischen Nihilisten und Atheisten kann als das Eskalieren des Ost-West-Konflikts zwischen NATO und Warschauer Pakt verstanden werden, insbesondere wenn man bedenkt, dass Israel durch Westmächte und Palästina durch Ostmächte unterstützt wurde, was eine Basis zur Ausweitung des Konflikts schafft. Da der Ost-West-Konflikt aber nicht eskaliert ist, drängt sich der Gedanke auf, dass der Dritte Weltkrieg nicht verwirklicht wurde. Auch erscheint es als unwahrscheinlich, dass bei drei Weltkriegen, die zusammen eine psychologische Wirkung auf die Völker haben sollen, zwischen dem Zweiten und Dritten eine Spanne von über 60 Jahren liegt. Manche sehen die Ermordungen von John F. und Robert F. Kennedy in diesem Zusammenhang. John F. Kennedy soll maßgeblich an der Überwindung der Kuba-Krise mitgewirkt haben, während Robert F. Kennedy vom Palästinenser Sirhan Sirhan erschossen worden sein soll. Beides also Ereignisse, die zu einer Eskalation der Konflikte hätte beitragen können. Ja, meine lieben Zuschauer, es ist ähnlich wie mit den Sehern unserer Zeit. Keiner von uns hier kann zu 100 Prozent sagen, ob die Briefe verfälscht sind, ob sie nicht verfälscht sind, ob die Herren das jemals gesagt haben oder ob sie abgeändert wurden und wenn, zu wessen Gunsten. Was du tun kannst, ist, zu beobachten, was passiert, während du verschiedene Sachen liest oder hörst. Viele von euch schreiben mir ja, ja, das kann gar nicht sein und das stimmt nicht und das hat Irlmaier niemals gesagt und das hat Baba Wanga niemals gesagt oder diese Briefe gibt es gar nicht, das hat irgendwer dann verfasst und sie untergejubelt oder sonst was. Andere schreiben mir, ist ja auch totaler Käse mit der Bibel, die wurde ja viel, viel später geschrieben, ja, nach Jesu Tod und so weiter, man weiß, was da hinein interpretiert wurde. Ich sehe es wie ihr, meine lieben Zuschauer, natürlich alles, was aus Menschenhand entstammt. Das ist immer oder kann immer manipuliert sein. Immer zugunsten von irgendwelchen Machthabern zu den jeweiligen Epochen, zu den jeweiligen Zeiten. Wie sollten denn auch so viele Menschen in der Vergangenheit, ja, unter Kontrolle zu halten gewesen sein? Heute nutzt man unverschämt die Massenmedien, um die Leute Gehirn zu waschen. Aber in alten Zeiten, als es so etwas noch nicht gab, nutzte das halt der jeweilige Machthaber. Und was wollten die den Leuten halt erzählen, ja, also das muss man halt alles hinterfragen. Sie hat man halt am besten bei der Stange gehalten, indem man ihnen erzählt hat, also wenn du dies und das tust, kommst du in die Hölle und wenn du dies und das tust, kommst du in den Himmel. Wenn du immer schön treu und brav bist und deine Steuern bezahlst, nicht aufmuckst und arbeitest am Tag 25 Stunden, dann kommst du auf jeden Fall in den Himmel. Und die Leute, die haben das dann natürlich zum großen Teil getan. Also die waren nie anders als heute offenbar. 80 Prozent sind immer völlig obrigkeitshörig. Also die sehen nicht, dass ihnen das ein Mensch sagt. Dieser Mensch, der ihnen das sagt, der sagt dann, er ist ein Gesandter Gottes. Darüber könnten wir 100 Jahre diskutieren, glaube ich. Und wir würden doch nicht zu der reinen Wahrheit kommen. Aus meiner Sicht, aber nur aus meiner Sicht, nimmt sich der Mensch einfach für viel zu wichtig. Er denkt, er ist die Krone der Schöpfung. Aber wenn wir mal genau hinschauen, würde die Welt, also die Umwelt, die Pflanzen, die Tiere, alles, was hier so unterwegs ist, ohne uns, ja, leider, meine lieben Zuschauer, viel besser dran sein. Wie ich es immer sagte, der Mensch tut, was er kann. Und ob das was Gutes ist, das wollen wir mal arg bezweifeln, wie wir heute sehen können. Da hast du auf der einen Seite die ganzen Kriecher, die begünstigen, dass die Herrschenden herrschen können. Und wen trifft es am Ende? Die paar Denkenden. Die paar friedlichen Leute, die tatsächlich ihre Sachen machen wollen, niemanden etwas Böses tun wollen, aber gescheit leben wollen. Und Leute, die noch in der Lage sind, tatsächlich fühlen zu können, die werden niedergemacht. Und verbreitet wird, dass der Hörende, der Griechende, der Gute ist. Der Gutmensch. Und da schließen sich dann viele an, weil sie eben auch die Gutmenschen sein wollen. Und merken gar nicht, dass sie genau dadurch Kriege heraufbeschwören, die die Herrschenden dann anzetteln und austragen lassen. Weil die griechende, breite Masse mitmacht. Ich danke wie immer für eure Aufmerksamkeit. Eure Angie macht's gut. Eure Angie macht's gut. Untertitelung. BR 2018